Willkommen zu einem weiteren Let's Promo. Heute ist das Smart Gaming hat die andere Reihe. Wie ihr schon seht, Black Ops 2 macht er, außerdem macht er noch Black Ops 1, MB3, MB2, BF3 und sehr sehr selten Minecraft. Ja, Minecraft FDW, yay! Und ja, die Playlist. Leider hat er noch keine richtigen Playlist geordnet, finde ich schade. Aber der Kanal-Hintergrund ist eigentlich sehr schön, gefällt mir sehr gut. Ja, sehr sehr schön. Ist auch von einem Designer, wie man hier sieht. Und ein Intro-System auch, das zeige ich nachher noch. Ja, einfach mal über ihn. Er hat 118 Abonnenten, 4029 Videoaufrufe, letzte Aktivität 12.11.2012, Mitgliedzeit 24.07.2012. Ja, er ist noch nicht so lange auf YouTube, hat aber schon viele Abonnenten und auch Videoaufrufe, kann sich sehen lassen. Und seine Aktivität, ja, zwei Tage, vier Tage, fünf Tage, eine Woche, eine Woche, eine Woche. Ja, und er hat mir auch geschrieben, dass er nicht so viel hochladen kann, wegen der Schule, kenne ich. Aber, ja, ist jetzt nicht so schlimm. Freut auch einen immer wieder, dass man warten muss. Dann, ah, neues Video, gleich gucken. Und, ja, genau wie ihr schon seht, Black Ops 2, Black Ops 2, sein erstes, also ein Eindruck. Und, ja, hier das Gameplay über, Gameplay über Black Ops 2. Sehr enttäuschend, sagt mir eure Meinungen. Ich kenne es nicht, aber ich habe mich mal reingeschaut und finde es jetzt auch nicht so der Bringer. Aber, ich habe es mir noch nicht gekauft, werde es mir wahrscheinlich auch nicht holen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal das Intro. Ich kann es leider nicht groß machen, sonst frappst. Jetzt kack, frappst ab. Genau. Ja, er nimmt das Ganze auf der Playstation 3 auf und ist eigentlich auch ein ganz schönes Intro. Leider wird hier der Kanal der Grundschwarz, könnte man vielleicht noch erweitern. Und, ja, Playlist noch machen. Ich finde diesen Kanal eigentlich super. Wenn man auf MB3, MB2, Black Ops und Black Ops 1 steht, sollte man hier öfters mal vorbeischauen und sich seine Commentaries anschauen. Er ist ziemlich unterhaltsam, aber manchmal stockt es noch ein bisschen, weil er einfach aus seinem Versteck rauskommen muss. Aber das kommt ja alles noch. Haben wir auch noch unsere Probleme. Und, ja, wir sehen uns bei einem weiteren Let's-Promo. Ich wollte gerade schon Commentaries sagen. Oder, ja, nachher beim Abo-Special-Auflösung. Bis dann, Leute. Ciao.